Wie sich Rihannes Schwangerschaft auf die Beziehung zu Mama Monika auswirkt? Eine tiefere Verbindung. Rihanna über ihre Bindung zu Mama nachgedacht Monika Brathwaite inmitten ihrer Schwangerschaft. Heute hat meine Queen Geburtstag. Die 34-jährige Sängerin hat am Dienstag, dem 5. April, ein Rückfallfoto über Instagram aufgenommen. Am Rande der Mutterschaft zu stehen, hat neue Ebenen der Liebe und des Respekts für meine Mutter freigesetzt, die ich nie erklären könnte. Sie ist der wahre MVP und ich möchte ihr jede Sekunde, die ich kann, ihre Blumen schenken. Ich hab dich lieb MZZZZ. Alles Gute zum Geburtstag. Wir werden feiern, wenn wir uns verbinden. Der Social Media Upload kam vier Monate, nachdem die Songwriterin ihren Babybauch debütierte und ankündigte, dass sie und so schnell wie möglich Rocky erwarten ihr erstes Kind. Sie wird diesen Frühling erwartet, sagte eine Quelle exklusiv uns wöchentlich im Januar. Sie sind beide sehr aufgeregt. Rihanna wird eine tolle Mutter sein. Sie hat bereits einige Übungen mit ihren Nichten und Neffen. Sie kann es kaum erwarten, Mutter zu werden. Der Insider bemerkte damals, dass die Grammy-Gewinnerin ihren Schwangerschaftskörper umarmte und fügte hinzu. Sie sieht es als etwas Schönes an. Sie kümmert sich um sich und ihr heranwachsendes Baby. ASAP kümmert sich um alle ihre Bedürfnisse und behandelt sie definitiv wie eine Prinzessin. Im folgenden Monat, der Vater des Dessu-Designers, Ronald Fenty exklusiv erzählt uns, wie er sich über die bevorstehende Ankunft seines zukünftigen Enkelkindes fühlte. Ich könnte nicht glücklicher für meine Tochter sein, sagte Fenty, 68, im Februar. Ich bin wirklich vor Freude gesprungen, als ich das gehört habe. Sie wollte schon immer Kinder haben und sie wird eine tolle Mutter sein. 2019 wurde bekannt, dass der Schöpfer von Fenty Beauty mit dem 33-jährigen Rapper zusammen war, was der gebürtige New Yorker zwei Jahre später bestätigte. Rocky nannte seinen Partner im Mai 2021, The One. GQ Interview und schwärmte. Sie macht wahrscheinlich ungefähr eine Million der anderen aus. Ich denke, wenn du es weißt, weißt du es. Der Plattenproduzent sagte der Verkaufsstelle weiter, dass er sich vorstelle, eines Tages ein sehr fliegendes Kind zu haben. Ich denke, ich wäre ein unglaublicher, bemerkenswerter, insgesamt erstaunlicher Vater, sagte der Fashion-Kille-Sänger damals. Seit Rihanna bekannt gegeben hat, dass sie eine Familie gründen, hat sie ihren Babybauch bei mehreren Ausflügen gezeigt, von den Shows der Paris Fashion Week im Februar bis zu den Dinner-Terminen in Los Angeles im folgenden Monat. Die Schauspielerin nannte sich in einem Instagram-Story-Selfie im März sogar, Prago AF, das ihren nackten Bauch zeigt. Moms Like Us befasst sich mit all ihren Elternfragen und bricht alle Neuigkeiten der Woche über die Erziehung von Prominenten zusammen.